ich habe hier kleine unterbrechung gemacht jetzt kurz und jetzt erst fertig sein hallo haben gegessen ja sorry passt wunderbar wenn wir die wand mal fertig machen zwar noch einiges in anspruch nehmen aber ich denke mal das kommt wieder fertig ja sehr schön ich will hier richtigen einsame insel machen hier wo die kleinen nicht durchkommen das haben wir hier ein echtes problemchen was wir natürlich nicht machen dass hier freunde hier kommen ich habe jetzt noch das müssen wir noch mal auf die zu gehen noch essen das haben wir sonst ein nahrungsmobil so rauf mit dir fügelein sind auch schon hier ich weiß nicht richtig so zack auch wieder ein sehr schöne lichteinwendung so jetzt könnt ihr hier in Ruhe wieder weiterhacken zack und zack dumm 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 mmm m ja nicht ach jetzt aber aha wie das funktioniert hier bitte in die Richtung was ist dick? ich hab mir halt der wahnsinn hier fangen wir mit in der luft hier so bauen hier ein paar Lager was werden wir auch machen sorry, falsch so am besten gleich hier wunderschön hier zack zack da haben wir ein bisschen ein Holzlager bauen wir uns hier zack müssen wir ja nicht da und alles zur Insel rüberschleppen natürlich brauchen wir was zu essen hier unten ne ich weiß jetzt nicht so wunderbar ja keine Angst ihr kommt noch dran so jetzt müssen wir ja irgendwie in Nahrung kommen ich glaube wir bauen das hier hin weil jetzt bin ich wieder verarbeitet falsch gekommen holz haben wir jetzt genug dürfte jetzt nicht scheitern danke ach jetzt ist uns einen durch die Klappen gegangen genau wir wollten uns da einen kleinen Käfig bauen äh falle na jetzt bin ich schon da haben wir hier jetzt verhungern wir mal was wollen wir hier nicht merkt schon er ist schon wieder ausgeschöpft er ist gleicher Meinung wie ich ausgepowert jetzt aber jetzt aber komm komm alter Mann da haben sie schon ein Lager aufgebaut da hauen wir lieber ab da wollte ich meins bauen ach große Stämme ok sorry das musste jetzt kurz ein bisschen durcheinander gekommen ja oder wir machen es anders wir fällen hier nochmal ein Baum oder wir haben ja eh noch ein paar Baumstämme unten da haben wir einen jetzt kommen die schon wieder was soll jetzt nehmen wir hier das andere ein bisschen zu riskant ja nicht dass sie uns erwischen au das war natürlich jetzt gar nicht super wo haben wir es jetzt da oben oder da unten jetzt bin ich wieder durcheinander hier mach mich durcheinander mach mich durcheinander ich hab fallen genug das ist doch kein Problem für mich ist aber noch keiner in die volle gegangen das ist natürlich irgendwie schade diese Drecksäcke das bauen sie in mein Territorium diese Drecksäcke das tut mir leid gegen die Aussprache kurz aber das finde ich nicht super ich will nur selbst bauen so was haben wir hier ach da haben wir immer noch einen haben wir auch einen Baumstamm bleib liegen hier hm wenn man hier durchs wasser kommt bin ich mir gar nicht sicher keine früchte ist nicht so toll ja gefällt mir überhaupt nicht ja ein vögelchen jetzt brauchen wir langsam was zu essen wieder schon wieder der isst ja mehr wie er tut wie kann das nur sein so hier noch mal ein rabbit kann man so viel bauen ist ja schon nicht schlecht sie haben aber auch noch bauen alles bauen was möglich ist was haben wir hier da haben wir es ja jetzt nimmt das langsam Gestalt an das ganze zack 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 das dauert halt ein bisschen jetzt brauchen wir erst essen hier jetzt verhungern wir hier auch das wollen wir hier auch nicht dafür haben wir eine Axt bowser jabuza jabuza so was kann ich nicht hin so kann ich hin es soll kohle kohle machen so und dann wollte ich nicht hat sie mal nicht ich weiß gar nicht wie was das gut sein soll ein bisschen power ein bisschen power und jetzt hat er wieder energie müsste noch mehr essen irgendwie mal schauen wo wir hier noch mal ein bisschen darauf finden ja bauen hier eine kleine falle ich glaube ich tue ganz gut dann hungert ja nicht dauernd was wir machen bin schon gespannt wer dann länger energie hat wenn ich schon denke ich doch mal so raus das ist schön na komm mein freund lieben unterhaltung sind ja auch gleich hier irgendwo denke ich glaube das klingt ganz gut wenn man es hier baut so wo haben wir es denn hier schön wo haben wir die durchblättern so aber ein paar das ist super ein bisschen was aufbauen hier das tut man doch gar nicht zur abschreckung aber das schreckt mich natürlich nicht ab ich bin der survival kämpfe jetzt hab er! komm komm cool ich habe ihn gelegt ich glaube ich schmeichern lieber mal jetzt haben wir jetzt alles geklickt ich bin gespannt ja ok ok ich glaube das überleben wir schon ich glaube wir sind jetzt nicht mehr alleine sollten wir uns in acht nehmen vor den monstern ein kliff von den ureinwohnern sonst killen sie uns aber ich bin der axtkiller der axtkiller halt wo gehe ich hin wo gehe ich den hin geschwind so dann brauchen wir hier noch dort um 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 ich frage mich hier nicht mehr zu weit rein weil ich denke die werden irgendwann bald auf der lober sein oh ja zack 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 die ohne so so wie soll das jetzt genau funktionieren ich führe es mal aus naja das und so jetzt bauen wir hier oben lieber hin So Ein Stein, okay Wieso nicht? Mit einem Stein probieren Vielleicht haben wir einen Erkst So Jetzt komm Zack So Das ist für die Knickelchen Die laufen rein und schon habe ich hier Nahrung Wie so einen richtig guten Survival Für die nicht für mich, ich habe eine Ahnung Dann wieder Was natürlich auch Zum Mitbedenken hat So Müsste man natürlich weiter einen Wald reinbauen, aber Da traue ich mich momentan nicht, wegen die anderen hier Jetzt komm Das freut mich doch Oh Oh Ich dachte da steht einer Jaja Sie wollen mich anscheinend nicht vertreiben, weil sie überall Sachen aufbauen Aber mich vertreibt hier niemand Und Ich bin der einzige hier Der einzige Überlebende Der wahre Ach Ich kann das kaputt machen Das wusste ich gar nicht Das ist ja genial Das wusste ich gar nicht Ich kann das kaputt machen und bei mir verwenden Jetzt sollten wir uns aber Jetzt sollten wir langsam in die Gänge kommen Nicht dass die Patroule ja schon wieder unterwegs ist Das ist aber nicht zurück Haben wir hier noch Warten mal ab Bis zum nächsten Tag Wo wir hier ein Kanäckel hier fangen oder irgendwas Ich bin nicht mal gespannt Wir machen jetzt gleich nochmal auf Ob wir hier was interessantes im Inventar haben Das würde ich mich hier sehr interessieren Ob wir hier was drin haben Ja Und da dumm 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 Das ist hier Nichts wichtiges Und da dumm Hunger haben wir hier natürlich auch schon Ja Ich habe hier mal vorne Pizza gemacht Du hast recht Was habt ihr gegessen? So Jetzt Ich werde gar nichts bekommen Was können wir hier mit Szene machen Wir haben hier keinen Schiedel Was soll man hier mit Szene tun? Kann man hier irgendwas bauen oder was machen? Was sollen wir hier rausfinden? Was sollen wir hier rausfinden? Was sollen wir hier rausfinden? Gibt nichts Wieder mit einem Zahn Wieder mit einem Zahn Wieder mit einem Zahn Wird nicht zu funktionieren Ich kann irgendwas kräften Nur was? Nur was? Das ist die Frage 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 Nächstes Mal werde ich mir die Sachen kaputt machen von den anderen wir speichern und es werde so ich will ich will die axt ich will die axt die axt das können wir hier noch tun wir haben schon Hunger jetzt bin ich mal gespannt ob der die Hasenfalle eingeschlagen hat und die anderen Fallen da schon irgendwas funktioniert hier ich bin sehr gespannt oder ist Schiemann schon reingetreten in meiner Falle ich trete ich nicht hoffentlich trete ich nicht rein gibt es noch leider das ist ja interessant wir werden das hier kaputt machen hey ach jetzt können wir jetzt können wir es bauen wir haben Arme okay das merke ich mir das ist jetzt sehr interessant das ist jetzt nichts ist auch noch keiner rein schade schade das ist momentan Wasser was ist mit meiner Hasenfalle da schauen wir jetzt auch mal kurz rein da ist leider kein Hase drin schade 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 dann werden wir hier noch mal langsam wieder Energie wir bauen die Schädel hier bei uns auf das ist unser Territorium unser Territorium mein Schatz Holzfälle Holzfälle hey Holzstämme so drum 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 Vögelchen wie war ich euer Silvester das weiß ich das weiß ich hier gar nicht das weiß ich hier gar nicht das könnt ihr mir gerne mal sagen berichten ausrichten und schreiben natürlich so fertig so jetzt will ich hier das bauen das würde ich hier vorne hinstellen das stelle ich hier hin die Wandbau ok werde ich hier das da hinstellen dazu der Tramm ist du einer der Tramm ja 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 jetzt geht das nicht mehr das ist ja prima ballerina so was brauche ich hier einen toten schädel habe ich doch einen anderen bei toten schädel da brauche ich einen suchen wir uns noch einen tja da müssen wir wohl jetzt wollen wir noch einen kaffee suchen 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 dann suchen wir noch einen was tun wir aber erst einmal nahrung so 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 das kann er jetzt nicht ist das so ein toten schädel sind viele knickel das könnte was werden noch dauert wahrscheinlich seine zeit glaube ich war kom ich habe schon richtig gebaut musste mal einer in der falle reingehen hier in die fall ist wohl scheint nicht ganz der fall zu sein aber wir werden mal nächstes mal noch mal bauen so ein paar fallen irgendwie haben wir schon wieder keine ahnung naja so 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 so